da sind wir wieder mit den komischen geräuschen ich habe noch keine ahnung woher die geräusche kommen aber hallo erklär hallo na wie geht's ich höre mich halt immer noch komisch an aus jedem grund aber ach ja stimmt ich war ja hier muss jetzt was machen oder die gleiche operation danke ich fühle mich okay warum nur okay alles gut samuels nein ich spiele mein test ja ich glaube was ist mein test die station ist sicher er bitte aufhebung aller gefahren eindämmungsmaßnahmen oh nein jamit oh oh scheiße okay musst du das hier machen sie müssen es in der richtigen reihenfolge tun oder es entsteht eine kaskade die tödlich für mich ist ich greife auf die siegsten schallpläne zu lösen sie das rote kabel zuerst welches rote kabel da warte wo ist das rote kabel ich lese deine nacht gleich erklärt hä wo hier da ausschalten mein test ist ein spiel freistyle aus minecraft ah ok finde ich gar nicht so blau 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 hier blau ist blau was muss man da machen ist das auch wie minecraft einfach oder ist das einfach nur für den stil wie minecraft ui ui ich kann die kabelfarben nicht erkennen sie müssen mich angeißen das nächste ist an einer steckdose angeschlossen in der nähe einer ungefolgene tragbarke ok äh das hier warte meint ihr das hier in der nähe einer steckdose in einer wand ja dann machen wir das hier ja hier du magst minecraft nicht du hast es wieso minecraft ist doch toll ja minecraft ist doch toll wieso hast du es so ich mach mir hier kurz meine arbeit ok dann das hier und los nein doch wir haben es geschafft oder oh nein er ist tot sie tun so als hätte ich je ein echtes leben gehabt dafür bin ich ihnen dankbar der apollo transit ist offen sobald sie im kern sind wird er mit ihnen sprechen das haben sie für mich getan ich wollte dass amanda ripley endlich einen schlussstrich ziehen kann oh nein ich hab minecraft mit meinem ex gespielt ja rip sammers ich hab minecraft mit meinem ex gespielt ich erinnere nur laut sprechen er hat geschaut immer er hat nie mitgespielt wie scheiße ist das denn aber minecraft macht Spaß glaubt mir voll mit mods ich bin hier bin hier tut mir leid samuels hat es nicht geschafft er hat den apollo transit für mich geöffnet ich werde direkt dorthin gehen und apollo beauftragen die abregelung aufzuheben so jetzt muss ich nehmen sie privat transit zum apollo ok das heißt haben wir hier komplett rum ne ja dann speichern wir direkt ich habe versucht jetzt noch einmal abzuspielen ich hasse es immer noch kommt drauf an was du machen willst weil ich mag bauen ich mag ne ist das hier war ich überhaupt hier ne warte ich mag das bauen ich mag generell erkunden ich mag das schon aber habe lange nicht mehr gespielt deswegen ich kann halt das nicht verstehen minecraft ist halt chillig vielleicht mal mit den richtigen mods probieren wer weiß so wir laufen jetzt aber los ich spreche einfach mal ich mag bauen auch ich habe 30.000 stunden kippe kasse leider kenne ich kippe kass nicht sorry aber wahrscheinlich ist auch so ähnlich wie oh warte ich hätte es mal wie minecraft nur vielleicht 2d so wie es sich das anhört ne so zweidimensional baumspiel auch hier aber so wie terraria oder so oder starboard nur für eine sache ist das euer ernst hier ist ja nichts nein oder war das hallo ich habe gerade hier was gehabt ha 3d ist es ist hm also halt einzigartig ne ich verstehe ich habe gerade hier was wieso kriege ich das nicht mehr ich kriege das nicht mehr leider naja wahrscheinlich nicht so wichtig ne egal gehen wir mal weiter aber ich spiele mein test auf einem server ich bin nicht allein ich muss mir mal angucken was mein test ist mache ich gleich ja weil ich bin schon interessiert was das ist ich habe schon interesse ja doch da war was seht ihr ich habe schon interesse zu sehen was das ist da ausweiskarte seht ihr oh ethanol jetzt sie ach jetzt weißt du meine güte so jetzt weiter jetzt darf mir weiter dann hier hin ich hoffe kein günther deswegen zack flammenwerfer erstmal auspacken ich habe hier was gehört so hm hallo oh stirb jawoll tot hast du dir gesagt ich nicht nehmen kann ne medkit so flammenwerfer wieder na komm so sehr schön da sind wir schon mal fast da dann laufen wir wie jemand steht auf ne ich habe gerade keine lust sehr schön perfekt direkt nochmal nochmal ihr speicher zack jawoll dann hier hin muss jetzt da runter so sehr dunkel gerade muss ich überhaupt hier hin so nice an der leuchtwackel geräusche machen so gehen wir nochmal zurück wie kamen wir denn da hin ich komme noch mal nach immer muss ich hier runter kommen kommen ne hallo ich kann nicht rennen ok ah ich muss da hinten lang ok so allein im dunkeln sind wir alone in the dark ja oh oh jemand muss das aufschreiben ich kann es gerade nicht alone in the dark das spiel gibt es ja auch noch ich habe vollkommen vergessen ich habe hier gerade was gefunden eine tonaufnahme das müssen sie sich anhören spielen sie sie ab mit sie sind malo oder ja ich bin Taylor Sektorleiter von Weyland-Yutani oh eins von den hohen Tierenden nicht einfach irgendein Mädel mit Trennungstrauma halten sie Ripley hier aus sie will nur endlich mit der Sache abschließen ich kümmere mich um Weyland-Yutani-Angelegenheiten und ich kümmere mich darum aus dieser verdammten Zelle zu kommen vielleicht können wir einen Tausch machen vielleicht dieses Gespräch wird aufgezeichnet das ist Ihnen klar habe ich gesehen als rote Licht blinkt ich brauche Daten die Koordinaten des Planetoiden auf denen Sie das Wrack gefunden haben alles was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben die kann ich Ihnen geben runter den Weg runter von dieser Station Sie müssen mich nur hier rauslassen dem kann ich möglicherweise zustimmen was zum Teufel Taylor lassen Sie mich aus dieser Zelle raus sofort lassen Sie mich raus oh fuck ja du gibst sehr gute Ideen ich hab's gehört aber ich muss jemand muss warte 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 ich muss das mir kurz notieren weil es gibt so viele Spiele Horrorspiele die ich noch spielen will von damals und Alone in Sack habe ich komplett vergessen da Text Hello in the dark gut dann haben wir es schon mal weil ich will halt die Spiele auch spielen irgendwann und ich hatte komplett vergessen dass es die gab okay wie kommt ich jetzt da hin äh scheiße hier hoch weil es gibt es auch noch Siren Blood Curse und dann dieses Spiel mit dem Fotografieren noch ich hab den Namen vergessen da gab es so ein Playstation 2 Spiel so ein Horrorspiel wo man halt mit dem Fotoapparat rumlaufen musste und nur Geister mit Fotoapparaten gesehen hat so wir laufen jetzt hier lang es gibt so geile Spiele von damals also wirklich so bin ich hier richtig hier unten das ist nicht richtig ah Fatal Frame ich mag das nicht ah wieso nicht es sah damals cool aus so ich muss jetzt irgendwie hier ist es nicht richtig okay ich fühle das Spiel nicht kann man dann leider nichts machen so nein hier muss ich nicht hin scheiße wie komm ich denn da hin ich geh nochmal zurück bin halt schlecht in der Orientierung so japanisch für mich aber das ist doch das geile daran manchmal japanische Horrors manchmal echt krass bin ich zumindest so was passiert wenn wir hier durchgehen eigentlich guck mal hier waren wir noch nicht ne war ich dann direkt so ich muss ein paar äh ein PS2 japanisch ich sage Syron ja Syron ist gut aufzurufen war es jetzt richtig ich weiß jetzt nicht um welches zu sein ich muss ja woanders sein oder im Apollo Kern irgendwie muss ich da hin ich gehe da nochmal gleich hin ich will nur kurz gucken was hier ist oh boy ne ich geh mal jetzt zurück hier hoch jetzt gibt es dann auch noch clock tower was ich relativ cool fand war ich hier gerade eben richtig guck mal kurz oh mein Gott oh mein Gott oh da du hast mich erschreckt und feld mich interessiert mich nicht für geister ja ok das geht oh klackt hallo hallo hast mich erschreckt was ist das es muss ja hier sein oder ich muss da runter wie komme ich jetzt runter im Moment ich muss den ganzen Weg wieder zurück finden das tut mir leid hallo 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 wie komme ich jetzt runter how do I get down there ich muss ja genau hier hin ähm wie sich der Apollo transit eine Leiter hallo hallo how are you all doing I'm doing great how are you doing I hope also great try to find my way currently because I'm stuck so wieder zurück oder ich muss zurück gut because you're here ghetto yes blisch 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 glad to hear the well oh war aktive oh oh das ist gut wunderbar tak immer ja ich bin immer äh ich stecke immer ich guck mal kurz ob ich hier kann guck mal kurz ob ich jetzt hier richtig bin wenn nicht zurück I'm doing amazing so yeah damn son get a room get a room okay jetzt hoffentlich bin ich hier richtig ich weiß nicht ich hoffe mal dass das hier richtig jetzt ist I hope I'm at the right place ja okay okay hier war es also richtig this was the right way love is in the air oh hallo bist du böse are you evil hallo okay jetzt nach links hier lang oh my god the wet fart what da so ich hier nicht Apollo Apollo stellar schul lorence his tech iehi he political tit hi hi he hey hi 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 nine er ist. Hey okay das gut zu wissen das ist schon mal gut zu wissen hoffe das ist hier richtig Na komm, bisschen schneller, du Okay Ja, alles gut Und jetzt weiter Im Apollo-Kern, ja Zwölfte Mission abgeschlossen, sehr schön Ja So Jetzt mal gucken, wie der Apollo-Kern ist Erlangen Sie direkt einen Zugriff auf den Okay Ja, ich hatte einen tollen Tag, aber ich hatte viel Arbeit zu tun, also war es ein bisschen Busy But I hope you had a great day as well So, nehmen wir hier alles mal mit Okay Nice Computer Die verschwundene 25 von 50 I did Wonderful That's good Äh, nee, nichts Besonderes hier Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen Die Situation hier ist außerhand geraten Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten Hier ist überall Kühlmittel, Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen, ich muss einen Weg nach unten finden Spedding Ende Okay, Spedding Ende Okay, die Atmosphäre wird gerade ein bisschen Oh Okay Oh nein 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 Oh nein Fuck Fuck Das wird jetzt schön, das wird jetzt lustig Keine Waffe Eine Hintertür, und das sind die Schaubilder auf der, okay Okay Schaubilder, Schaubilder Meinen sie das da, hier, das hier? Ich weiß es nicht Ha Zugangscode benötigt Keep vigilance for spills and report them immediately Waste damage, just profit Okay, wie komm ich hier weiter Ich brauch etwas, I need something Ha Übersehe ich etwas hier? Mal ein bisschen Zampfen Ha Nee Schaubilder Dann doch dort Vielleicht hier Hinter mir Die Schaubilder hier Ah Okay, stellen sie den Strom Leiter aus Oh fuck Ähm 4-3 Äh, 4-9-3-0 4-9-3-0 Sehr schön Sicher, nur den Strom für den Leiter zu grüßen könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten So Aufpassen, ich kann in zwei Richtungen Ich gehe nach links, als erstes What the fuck Oder was machen gerade, ne? Egal Ähm Nam 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 Hier was? Ja Ein Sensor Und dann schauen wir mal Ähm Apollo verkauft Fehler 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 Okay, nichts besonderes hier So Linke Hemisphäre Übersicht Ich gucke mich hier erstmal noch rum Bevor Entschuldigung Oh Oh Sag mich, das Alien ist hier Was bist du? Achso, ein Soldat Oh Okay, hier ist nichts Ne? Dann gehen wir zurück Hier können wir noch nichts machen So Gehen wir jetzt mal hier lang Am besten nochmal speichern, ne? Ist ja immer am besten zu speichern Sehr gut Los geht's Uiuiuiuiuiui Nach rechts Was? Nein Nein Alles Alles Leer Hm Okay Dann gehen wir hier lang Ach du Scheiße Ich hab Angst Ich hab Angst Noch einer hier Da Sensor Sonst ist hier nichts Wo ist denn der Soldat? Gar nicht Soldat Jemand Arbeit zahlt hier Okay Dann machen wir das Signal Erstmal Weg So Sehr gut Wohin jetzt? Ah Stimmt Hier Da war ich Ich schon Okay Ah Hier lang Los Los Richtig Falsche Richtung Falsche Richtung Äh Da Jetzt Schnell 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 Oh Gott Ich sehe nichts Das wird sehr knapp Ja Was ist denn ein Synthet? Ich weiß nicht was ein Synthet ist Oh Gott Da Okay 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 Ich speichern direkt Uh Aber was ist denn ein Synthet? Kann jemand mal bitte googlen Was ein Synthet bei Alien ist? Oder falls es jemand schon weiß Äh Warte Irgendeine Idee Was ich jetzt machen soll Ich kann sie nicht hören Ihr Signal ist zu schwach Ricardo Verdammt Falls sie nicht hören können Finden sie einen anderen Weg Um Kontakt herzustellen Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer Okay Jetzt muss ich kurz gucken Wir müssen jetzt auf die rechte Seite Ich gehe mal rechts lang Nein Ich kann ja nicht lang Machst du hier lang? Uh Wünsche mir Glück Freunde Ich habe Angst Gasmaske Oh endlich So Aber Geduld Wartet Wartet Nur auf Verwaltungsratsebene Bei Bedarf Bis die Anteilsinhaber Bescheid ist Ich muss aufpassen Okay So wo ist der? Fuck Der ist dort Der müsste doch hier sein Ist da um die Ecke Na komm Zeig sich Bewegt der sich auch? Ich bin Töten Ja Jetzt Nein 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 Komm her Nein Okay Ich darf nicht kämpfen Okay Ich verstehe Ich darf nicht kämpfen Ich darf nicht gegen den Kämpf Ohne Waffe habe ich keine Chance Oder wenig Chance Jonathan war im Fitnessstudio Ist halt echt so Scheiße alter Genau so Warum ist er schon hier? Mann 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 Alter Ich hatte jetzt voll Angst Hallo Ach was Komm Ja Weißt du was? Hier Nimm das Ohne Ich habe Ligma Oh my god Warum hat das nicht gerade funktioniert? Warum ging das nicht? Ich habe das gesehen Ich könnte keine Granate werfen Also ich habe die schon geworfen Aber da ist nichts passiert EMP-Mine Elektroschock Okay Komisch Sehr komisch Ich kann sie nicht hören Ihr Signal ist zu schwach So Okay Okay So Wo bist du? Wo bist du? Da Scheiße Gesperrt Scheiße Bis dahin Tschüss Oh oh Verdammt Hier sind jetzt so viele Leute Oh wow Okay Der hat mich gesehen Der hat mich gesehen Schnell Einen Moment Einen Moment Ne Nix passiert Na dann hier Nimm das Es stirbt nicht Oh Schnell weg Schnell hier durch Scheiße Nimm das Halte Halte Fuck Fuck So Du auch noch Willst du auch? Sehr schön Und du auch noch Oh Kapu Feuerfrei Kapu Gut gemacht Danke Ausweiskarte So Erstmal Craften Ich muss Oh Alter Scheiße Oh man Oh man Lauf Ja Ich muss gerade überlegen Was ich mache Nee Das bringt nichts Nimm das Nix passiert Scheiße Ich renne Doch ich renne Tschüss So Hat er mich gesehen Hat er mich gesehen? Ich hoffe nicht Na wo bist du? Da bist du Ich darf hier nicht kämpfen Ich muss nur wegrennen Da ist er Da ist er Wenn er weiß wo ich bin Dann hab ich Verloren Geh bitte Geh bitte Geh bitte Geh Mann Geh Gehst du mal Verpiss dich Nein Nein Oh Ich dacht schon Der geht jetzt Da lang Scheiße Geh doch Verpiss dich Er ist noch hier Er ist zu nah Da Ich sehe ihn So Oh Ein Moment Ich kriege gerade einen Anruf Ein Moment Sorry Ich kriege gerade einen Anruf Ich kriege gerade einen Anruf Ich kriege gerade einen Anruf Mann 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 Das war meine Schwester Warum geht Mama nicht an ihr Telefon Weiß ich doch nicht Ich weiß ja nicht warum sie nicht ans Telefon geht Nein 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 Sehr gut Sehr schön Ich hab's Ich hab's So Speichern Speichern So Speichern Wir direkt Jawohl Moment Kommt der hier hin Ich hoffe nicht Nein Der kommt hier hin Was Alter Geh weg Lass mich Craften Lass mich doch Craften Alter Geh Junge Ich kann nicht arbeiten Da ist er Ist er Ist er Jetzt hier im Raum Da ist er Da ist er Da ist er Alter Geh doch weg Das gab doch nicht wahr sein Woher wissen die dass ich hier bin Das genau hinter mir heißt er geht den Weg da gerade lang Ich bin mir nicht mehr so sicher Oh shit Ich bin mir nicht mehr so sicher Okay, gut, 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 ich brauche mehr Rohrbomben. Wo sind die? Nochmal, nochmal, nochmal. Noch eine Rohrbombe. Da. Okay, kann ich jetzt alles mitnehmen? Von dir? Okay, schnell rüber. Sehr gut, und was muss ich jetzt hier machen? Da hin. Huh. Hallo, da. Ich habe Angst, ich habe Angst. Na, na. Okay, wir haben es geschafft. So. Sehr gut. Durchsuchen Sie die linke Konsolen des Serverspeichers. Da, okay. Speichern. Speichern erstmal. Huh. Okay, 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 okay. Rohrbomben. Da. Da. Fällt mir was? Da bin ich Schrott. Okay. Okay, 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 okay. Laufe jetzt hier lang. Nein Zwei Leute sind hier Warbombe Ich hab keinen Schrank Fuck Nein Sehr gut Okay, 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 okay So, bin ein bisschen, ne Sorry, wenn ich gerade wenig rede, aber Ich hab ein bisschen Angst Wo? Da Okay Ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten Okay Nee, gesperrt Scheiße Er geht da hinten hin So, und ich muss jetzt hier Richte Konsole und linke Konsole Fuck Erstmal heilen So Schnell benutzen Benutzen Ah Nein Der wollte es gerade nicht benutzen Scheiße Fuck Einen hab ich jetzt schon mal Wisst ihr was? Fuck it Kommt her Kommt her, Freunde Kommt Kommt Ich mach euch beide fertig Oh Ich hab's geschafft Oder Nee Oh, ich hab's geschafft Okay Ich war bereit zu kämpfen Aber ich hab's geschafft Lol 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 Okay Okay, sehr gut So, wo muss ich jetzt hin? Weiter benutzen Was auch immer der Schalter macht Was ist das da? Wir nutzen Ah Guck, hör mal Geschafft Oder? Hab ich's geschafft? Ja, hab ich sogar So Geschafft Dixon-Experte Jawohl Ich weiß nicht, was das gebracht hat Aber ich hab irgendwas geschafft So Ist hier jemand Hier geht sie rein Schätze ich mal Ja Da Aber ich hab jemanden gehört So Hallo aus Jonathan Und Mehr Jonathan Rein Günther Oh Gott, bitte nicht Kein Günther Ich hab keine Lust auf Günther Oh Günther Wärts schlimm So Dann hier So Perfekt Wir wissen jetzt nicht Bitte nicht Der Der Ich hab den Namen vergessen Sehen sie auch Polizirate Okay Polizirate Warte, warte, warte Ich bin noch nicht fertig Oder ist das jetzt hier zu? Gesperrt Scheiße Egal Wo ist das jetzt? Wo ist das jetzt? Hier? Ich muss runter Oder? Achso Ach, das geht hoch Okay Oh 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 Was zur Hölle? Zwei Tage nachdem wir los sind? Das kann nicht wahr sein Und der Söhne Und der Söhne Es ist nicht auf der verdammten Station Was? Scheiße Versuchen Sie den zentralen Reaktor Es kann sein, dass hier noch einer Er ist ein Alien Oh, als Mom Erster Film Welche Mom? Ach, unterhalb des Kerns Wie kommst du denn da hin? Wie kommst du denn da hin? Oh Leiter, okay Mom, ist die Computer im SL-Fil? Achso Okay Das wusste ich nicht, dass das Das Computer ist So Das ist hier Gehen wir mal direkt hier runter So Computer Computer Oder ein Aufzug, ne? Ja Ich gucke erst mal den Computer So Apollo Primäre Interaktionslog Menschliche Interaktion Anfrage für zwischenmenschliche Nachrichten erhalten Ausgehende Nachrichten An Vertreter von Weyland-Yutani Marsha Schadensbrich Externe Interaktion Kaufer 3A Keine Aufsinn Erregeln Spedding Ratsom hier Nachdem Weyland-Yutani Aufkauf Ist es wichtiger Erzähl zuvor Dass die Flugschreiber Übergabe Ohne Probleme Äh Vonstatten geht Das Werden zwar nur Angestellte Niedrigen Ranges sein Die vom Amoklau Ach Amoklau Oh Gott Oh Gott Vom Aufkauf Oh mein Gott Oh es tut mir leid Oh mein Gott Es tut mir leid Vom Aufkauf Keinen Schimmer haben Aber wenn die Gerüchte Über Verschwindende Menschen hören Schlafende Hunde Sollen man nicht Äh Weckern Behalten wir alles Einfach schön unter uns Wir wollen nicht Äh Dass es sich Anders überlegen Okay Oh fuck Ich war nicht fertig Bitte mir nicht zuhören Freunde Ich hab einfach nur doof Geredet Okay So Aber Ich bräuchte 5 Minuten Pause Denn Ich müsste kurz Auf die Toilette Okay Dann bis gleich